Was geht ab? Kennt ihr mich noch? Ja, okay. Eine Woche! Ein bisschen was über eine Woche ist es her. Aber ich habe einen guten Grund. Ich war ziemlich weit weg. Ich war in Vorheim auf der diesjährigen Steva. Für alle, die es nicht kennen, Steva ist... Ja, Steva ist... Wie nennt man das? So eine Art Kinderfreizeit. Und da war ich halt jetzt... Wie lange war ich jetzt da? Ich weiß, auf der Steva... Acht Tage? Und ja, Leute. Heute wieder ein neues Video für euch. Und... Dann kämpfen wir einfach mal gleich diesen Bosskampf. Aber irgendwie kann ich da irgendwie nicht mehr machen. Alles klar. Okay. Los geht's. Ich weiß zwar gar nicht, welchen Brawler wir drinnen haben, aber ist auch scheißegal, denn wir zocken jetzt hier erstmal ein paar Runden. Oh, ich habe den hier. Ah, alles klar. Alles klar, Bruder. Muss los. Digga, was ist denn das für eine Rasierklinge? Digga! Bruder! Hey, Bruder, komm mal, Bruder, komm mal runter hier. Digga, es leckt ihr übelst. Nein, Bruder! Nein, Bruder, fuck mich doch nicht ab! Digga, der Typ, der ist ja die übelndste Maschine hier! Alles klar. Hä? Hä? Ich hatte es gerade gar nicht verstanden. Ja, okay. Okay. Wir können eine Brawlbox öffnen. Brrra! Ich würde gerne eine Jessie. So. Dann spielen wir jetzt einfach mal noch ein bisschen Solo. Und dann freut mich das nicht. Ja, Leute, ich wollte es eine Woche nicht dar. Ich werde versuchen jetzt in dieser Woche, also morgen ist Montag, dass ich jetzt noch wahrscheinlich nächste Woche, also von Montag bis Sonntag, jetzt noch ungefähr 5. Ich werde es ja nicht verrecken. Kann es sein, dass sich hier die Ansicht oder so geändert hat? Ja. 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 Komm, Digga, alles klar. Hä? Haben die irgendwas geändert, weil da kam noch ein neues Update, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt über eine Woche nicht mehr gespielt. Ich habe über drei Wochen nicht mehr das Spiel gespielt. Ich spiele es einfach mal mit Shelly, weil die ist ziemlich stark. Ich mag Shelly voll gern, weil die einfach richtig hart, richtig stark ist. Shelly ist einer der stärksten. Let's go get it. Hä? Ich glaube, die haben die Ansicht gerne. Okay. 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 Okay, ich bin mit zwei Schlägen tot. Ich hasse diese Map. Alles klar, okay, die war ziemlich gut in hier. Aber egal. Uh, dritter. Kriegen wir eigentlich eine Startermarke? Ja, wir kriegen so noch eine Startermarke. Im Moment spiele ich eigentlich Brawls. Das ist gar nicht so viel. Aber ich werde versuchen, jetzt öfters wieder Brawls zu spielen. Ich weiß, es haben sich viele gewünscht. Schreibt mal ein paar Spiele in die Kommentare, was ich spielen soll. Egal, irgendeins. Es ist scheißegal, welches Spiel. Hauptsache irgendeins. Ich kann doch irgendein Spiel aussuchen. Und dann haut das. Dann würde ich das mal für euch spielen. Weil kommen auch wieder Fortnite-Streams. Also kommt hier noch ziemlich alles. Warte mal, kann man da eigentlich wiederbelebt werden? Ich bin fast tot. Boah, fuck. Ich bin fast tot. Okay. Mitspiele besiegt. 120 Leben. 20 Sekunden. Alles klar. Ja, pass auf, Kollege. Pass auf. Acht. Also man kann wiederbelebt werden. Das ist schon mal sehr schön. Danke, dass ich mitten in den Typen drin spawnen darf. Okay. Okay, tot. Ah! Ah! Hä, der hat um die Ecke geschossen. Der hat um die Ecke geschossen. Boah, die sind beide so hart tot. Boah, ey, der Typ hat immer noch 63. Von seiner ganzen Scheiße, ey. Mann, der verreckt halt nicht. Junge, verreckt! Oh, fuck, Alter. Der macht mich so fertig. Wieso verrecke ich denn? Junge, pass auf. Die machen aber es gut. Die machen es gut. Bum, schluckaluckal! Der Typ verfolgt mich halt die ganze Zeit. Äh, Bruder, komm runter! Boah! Boah, der ist so tot. Bruder, du bist fast tot. Pass auf. Oh, er ist fast tot. Er ist fast tot. Ich bin gespannt, ob wir das hier noch schaffen. Er ist fast tot. Er ist fast tot. Gleich ballern, ballern, ballern. Bum, 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 bum. Ja, okay, jetzt kann ich wieder nicht, aber... Boah, ich bin so tot. Ich bin so tot! Nein! 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 Okay, das war eine geile Runde. Leute! Das war's von meinem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Gebt mir bitte keinen Daumen runter. Lasst ein Abo da. Schreibt ein Spiel in die Kommentare, was ich spielen soll. Und haut rein, Leute. Bis dann. Tschüss! Tschüss. Tschüss! Tschüss! Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Tschüss! Tschüss!